Ja, ich sag mal wieder Mahlzeit. Heute starte ich meinen zweiten Versuch, den Joghurtkuchen in der Kastenform über die Bühne zu bekommen. Wenn ihr letzte Woche mein Video gesehen habt, dann habt ihr auch gesehen, dass es ein Schuss in den Ofen war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte einfach viel zu viel Hitze in dem Matago, sodass es ja auch nur anbrennen konnte. Ich denke, heute mit weniger Kohlen wird es auch gelingen. Wie ich den Teig mache, werde ich es heute im Einzelnen nicht mehr zeigen, weil das könnt ihr euch dann ja im Video von letzter Woche angucken. Ich starte jetzt direkt am Matago. Ich habe auch die Kohlen schon im Anzündkamin und es wird in den nächsten Minuten direkt losgehen. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt kleinere Kohlen genommen und zwar links und rechts zwei und ich hoffe, dass ich diesmal mit der Hitze richtig liege. Dann kommen wir schon in die Kastenform drauf. Und wie ihr seht, habe ich diesmal auch Backpapier genommen und die Form nicht mit Butter eingerieben. So, jetzt kommen nur noch die Kohlen oben drauf. Und dann da auch viel weniger. Ja, bin ich jetzt gespannt. Ich warte mal eine Stunde ab und ich hoffe, es gibt kein Kohlen-Desaster. Gerade hat die Eieruhr gebimmelt. 60 Minuten sind somit um. Ich gucke jetzt mal rein. Also ich kann es schon mal verraten, es riecht bis jetzt nicht verbrannt. Die ganze Zeit schon nicht. Und mal vorsichtig annähen. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal klassenbesser aus wie letzte Woche. Der ist auch komischerweise viel höher aufgegangen. Ich gucke mal mit der Stäbchenprobe, ob noch was hängen bleibt. Ja, da zeige ich es noch. Relativ weich, aber da bleibt nichts hängen. Also hängen bleibt nichts. Ich denke mal, das wird so okay sein. Ich lasse ihn aber vorsichtig nochmal 10 Minuten im Otago. Und dann geht es gleich in die Küche weiter. Ja, jetzt holen wir den Kuchen mal raus. Das Schöne an dem Backpapier ist natürlich, dass man jetzt den Kuchen hier einfach so aus der Form heben kann, ohne dass hier irgendwas klebt. Jetzt machen wir noch schönen Schokoguss drauf und dann können wir mal gleich ein Stück probieren. Ja, Gott sei Dank. Der zweite Versuch hat nun geklappt. Also mit den Kohlen bei dem Otago ist echt so ne Sache. Also da muss man noch ein bisschen Händchen verentwickeln. Aber ich finde jetzt hier im zweiten Versuch sieht doch gut aus. Schön durchgebacken mit Schokoguss. Ich werde die Scheibe jetzt schmecken lassen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Green 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017